Alleine kann ich nicht das Pokémon-Kleid anziehen, mit Hilfe ist es sogar noch schwierig. Wegen diesem Videotrend habe ich es gemacht. Statt Blumen habe ich Pokémon-Karten genommen. Die kommt in einen unsichtbaren Regenschirm, den öffnet man über sich. Über 20 Stunden saß ich jetzt am Kleid dran. Viele fragen, warum ich das überhaupt gemacht habe. Ganz einfach, habt ihr schon mal ein Pokémon-Kleid gesehen? Nein, vielleicht bin ich sogar die erste damit. Zum Schluss findet man sich im passenden Outfit.